Man mag es kaum glauben, aber es gibt ja auch ein paar weibliche Gotti-Fitness-Fans da draußen, die den Kanal abonniert haben. Habt ihr ihn abonniert? Wenn nicht, dann tut es jetzt. Und die mal meine Videos schauen und sogar kommentieren. Und für die ganz besonders, denn ich weiß, dass ihr das gerne trainiert, kommt jetzt ein Video zum Thema Gluteus, Gesäßmuskulatur, Hintern. Ah, wie trainiere ich ihn am besten? Und so ein bisschen die polemische Fragestellung, brauche ich wirklich die Isolationsübungen dafür, die Bekannten? Und hier schon mal vorweg ein kleiner Prolog, wirklich nur ganz klein. Nein, Frauentraining ist wie Männertraining. Da sind keine großen Unterschiede. Letzten Endes habt ihr die gleiche Muskulatur, die auf die gleiche Art funktioniert. Unterschied? Der hormonelle Haushalt dahinter ist ein wenig anders. Und dadurch ist es wahnsinnig viel schwieriger, Muskeln aufzubauen. Auch das variiert genauso wie bei den Männern. Manche Frauen bauen besser und schneller auf und manche etwas weniger. Und so manch eine da draußen, da mag sich das überkreuzen, baut vielleicht sogar besser auf als auch ein Mann, der besonders hormonell schlecht bedingt ist. Für den Muskelaufbau wohlgemerkt. Nun ja, das alles kann passieren. Aber bevor die Fragen kommen, es ist das Gleiche. Alles, was ich jetzt erzähle, gilt für Mann wie für Frau. Und das ist auch kein Frauenvideo. Ja, auch Männer trainieren den Gluteus. Ein Riesenmuskel an eurem Körper, der auch noch ganz schön wichtig ist. Denn er verbindet letzten Endes als einziger Muskel so ziemlich mein Unterkörper mit dem Oberkörper. Aber wichtig. Also, ich habe es zwar so elegant eingeleitet mit der Damenwelt, weil ich weiß, die zieht besonders darauf ab. Aber eigentlich ist es wieder mal wie immer ein neutrales Video. Und wenn ich das nächste Mal ein Bankdrückvideo mache, das gilt auch für Frauen. Ich möchte es nicht immer betonen. Genau dann, wenn ich es betone, tappe ich mir nicht in die eigene Falle. Nun ja, Prolog beendet. Und ihr wisst schon, wenn der Gotti schon so provokant die Eingangsfrage stellt, ob das überhaupt nötig ist, diese isoliert zu trainieren, was ist dann wohl die Antwort? Richtig, da hat er mal wieder die Rhetorik walten lassen. Brauchen wir nicht. Moderne Maschinen aller Art wie Hip-Thrusts oder auch die Handel-Variante, die vor allem durch Instagram behaupte ich mal berühmt geworden ist, weil die Frauen ja alle einen dicken Booty haben möchten. Die bringen was. Klar, man trainiert letzten Endes Muskel, aber das braucht ihr nicht. So manch eine Frau wird wesentlich größeren Gesäß haben, größeres Gesäß haben und dickeren Muskeln dort haben, obwohl die nie so etwas gemacht hat. Ja, wie machen die das? Ganz einfach, in vielen Übungen ist da wesentlich natürlicher und auch noch stärker involviert der Gluteus. Und das sind vor allem die Grundübungen. Da habt ihr so etwas wie alle grundsätzlichen Beinpressübungen. Die Beinpressmaschine, die ist schon beteiligt, je nach Fußstellung. Schaut euch die Fußstellung nochmal hier an. Aber vor allem Kniebeugen. Ja, freie Kniebeugen, aber auch gerne die an den Maschinen, Hackenschmidt-Kniebeuge oder die V-Squad. Da ist der Gluteus richtig gut beteiligt. Ebenso beim Kreuzheben. Und dafür muss man nicht unbedingt das gestreckte, das bulgarische Kreuzheben oder sonst irgendetwas machen. Nein, es geht auch ganz normales Kreuzheben. Und dadurch wächst der Gluteus gut mit. Ihr braucht keine Isolation dafür. Oftmals könnte es sogar sein, dass er dadurch besser wächst. Weil er dadurch nicht überfrachtet wird. Oder weil er einfach mit den anderen Muskeln gleich aufwächst. Denn viele von euch werden es übertreiben da draußen. Und werden Hip-Thrust, Hip-Thrust, Hip-Thrust machen. Und anschließend, habe ich das jetzt dreimal hintereinander richtig gesagt? Ich glaube nicht. Und anschließend verlassen Sie so ein wenig die Balance zwischen dem Bein-Bizeps, Beinstrecker und, naja, die Gesäßmuskulatur. Deswegen, setzt auf diese drei Übungen. Ich zeige sie euch ja hier gerade nochmal im Hintergrund. Das sind die wichtigen Übungen für euer Gesäß. Und ihr braucht keine Hip-Thrust und ihr braucht auch keine Isolationsübungen davon. Natürlich könnt ihr die machen. Aber ich würde sagen, in den ersten Jahren macht sie nicht. Und ihr werdet sehen, was ihr für einen gigantischen Gluteus aufbauen könnt. Ich möchte an dieser Stelle noch darauf verweisen, dass der größte Gluteusmuskel, den man jemals im Bodybuilding-Sport gesehen hat, von dem, The Goat, King, Ronnie Coleman, kommt. Und bevor jetzt die ersten wieder abschalten, ach, jetzt kommt der mit dem schon wieder an. Aber der nimmt doch Stoff und so. Ja, ich sage es immer wieder, bedenkt, der nimmt da chemische Zusatzmittel. Aber das tun auch alle anderen da oben auf der Bodybuilding-Bühne. Und trotzdem hat er den gewaltigsten Gluteus aller Zeiten gehabt. Das heißt, in der Liga von den Leuten, die sich diese Chemikalien zuführen, hat er trotzdem die gewaltigste Gesäßmuskulatur gehabt. Und das hat er gänzlich ohne diese Isolationsübungen gemacht. Den hat man nicht mit Hip-Thrusts erwischt im Studio. Wenn doch, zeigt mir das Video gerne. Der hat das vor allem mit hartem Kreuzheben und knallharten Kniebeugen aufgebaut. Absoluten Grundübungen. Und so kam der größte Gesäßmuskel aller Zeiten zustande. Und ja, auch das gilt wieder für Frauen. Nun gut, das zum Thema Gluteus. Ich werde jetzt mal ein bisschen weiter trainieren. Ich bin schon im sechsten Satz. Hips-Rusts. Macht's gut. Bis bald, Bargotti. Bis bald, Bargotti. Bis bald, Bargotti. Untertitelung des ZDF für funk, 2017